Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau ALLAH! Salamun aleychumurruz Heute wieder Part 3 oder Hamza? Yeah, Part 3 Simon, bist du bereit für die Fragen? Allah ist groß Es ratat! Ratat! Kalash! Kalash! Ja, er hat uns gefickt Wir nehmen nicht mal eine Minute auf, er hat unser Vater gefickt Erste Frage In welchem Jahr wurde Bretas gegründet? 2 Toten 1 1999 Die Antwort ist 2004 Wie viel... Du weißt, ne, also Wegen jemanden... Warte, lass mich bitte fragen Bitte lass mich fragen Titelskraft und Christuskind, bitte Tauf dich, bitte Wie viele Klicks hat das neue Musikvideo von Shirin Davids Ferret Lok, bitte deine Antwort ein 650.000 Aufrufe Fast zu wenig Ich hab 1,1 Die Antwort ist 1,5 Millionen Jule, was? Ja! Schöne kleine Kahpe Ich hoffe du sti- Du würdest dich so krank einschlecken Ich würd ihr komplett nen Klassiker lecken In welchem Jahr erschien Star Wars Episode 3? Ich werde mächtiger werden Als je ein Jedi zu träumen gewagt hat Inshallah 2005 Oder? Die richtige Antwort ist 2005 Ja! Fuck Allahu Ekber Wie viele Abonnenten hat Ex-Muslim Wie hat er sich denn verführen lassen von einer Niqabfrau? Sie hat doch einen Sack an! Ja, ich hab sie und recht Er hat uns gefragt Hawking Senin ananin var ya götüne Ben o rola töre sokayım Ağzına sıçtım Yahudi pezevengi Senin derenle beraber sandviç yapayım Ağzına sıçtım Gerizekalı orospu çocuğu Senin babanla beraber mangala gideyim moruk Onun kıçına sapı sokayım Gitar sapı götüne gitsin Ağzına sıçtım Kafasız, beynsiz imamsız orospu çocuğu Wo ist er kastol? Unde brennende hele Definitiv Oh nooo 85.000 Fertig Die Antwort ist 78.000 Wie viele Likes hat das neue Musikvideo Ihr braucht euch auch in 20 Jahren keine Hoffnung haben Kunde ist König ist einzigartig Ich höre und das wird auch 5 mal einzigartig bleiben Und davon gibt es auch keinen Teil 2 Wird es auch niemals geben Wie sagt 10.800 Ich sag 36.000 Es ist 46.000 Wie alt ist Charukan? Digga, ich weiß gar nicht, gar nicht Ich setze meinen Joker ein Welchen Joker willst du benutzen? Anruf Joker Hallo Mit dem Frieden Jesus Christus sei gegrüßt Shasep Ich weiß, ich ruf dich in der Nacht an Ist scheißegal, scheiß mal darauf Ja Ich hab eine wirklich sehr sehr lebenswichtige Frage Wirklich, die ist richtig wichtig heute Erzähl, hau raus Shasep Wie alt ist Charukan? Er ist wirklich krank sexy, aber selten nicht Er ist krass sexy Hättest du noch eine Tochter Würdest du ihn geben lassen? Sei ehrlich Ich würde sogar mitmachen Ey Sag 55 55 Ja Wenn sich jetzt meine These bestätigt Dann gibt's Christentum Und wir sind alle Christen 55 Lock das ein Ich sag 57 Ich sag 57 Ich sag 57 Die richtige Antwort ist 55 Ja Sag Wallah Nein Scheiße, er hat googelt Ich ruf ihn jetzt nochmal Hallo Schwer auf Koran, du scheiß Schiite Schwer auf Koran, dass du nicht gegoogelt hast Ja Wie war eigentlich die Ägypten? Ich hab ein bisschen angekrochen 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 Junge, hä, Mann Das ist wieder passende Wallah, es ist das nicht erfüllen Für mich, Mann Wallah, es ist doch nur ein Anruf-Joker ALLAH Tamam, wir sehen uns Ich hab ein bisschen Ich hab ein bisschen angekrochen Ich hab ein bisschen angekrochen Wie viele Likes hat das Musikvideo von Ariana Grande God is a Woman, die kleine Hugo? God is a Woman, ne? Alta, ben onun var ya zürriyetinin anasını var ya Bir kabloya takayım Salata gibi toparlayayım Arda var ya ortasını Arda Turan gibi çakayım Anasın s**tli morosbusu 40 kilom Spaghetti suratli orosbu 7.000 Likes 554.000 4,6 Millionen Nein, 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 nein Niemals Wie viel? 4,6 Millionen liken so ein Song Freibli, ich mach's ja im Bereich Haben sie Analystik den nicht? Ich hab deine Mutter gerade gekriegt Wie viel hat der Film Star Wars Episode 7 eingespielt? 1,2 Milliarden Euro Ich hab das Zweck 2 Milliarden Die Antwort ist 2,7 Milliarden Dankeschön Wie alt wurde Stephen Hawking? Dafür benutze ich meine Jota Scheiße, ganz wichtig Du kennst doch Stephen Hawking, ne? Dieser Behinderte der im Rollstubber Süß Süß Wie alt ist er geworden? 17.000? Ey, Digga Ey, Digga Wie du kennst Stephen Hawking nicht? Ich kenn den nicht, Digga Wie kannst du Stephen Hawking nicht kenn, Mann? Wie heißt der? Junge, was? Aber wie hieß denn der? Steve Hawking Und wie alt schätzt du den? Junge, darum gehst du Er hört dich doch anrufen Ich hab mir grad 740 gesagt und du hast gelacht, ne? Also musst du ja viel jünger sein, oder nicht? Er weiß das doch selber gar nicht! Nein, sag 61 Ja, Tama, okay, heide Ihr könnt alle Mittelfinger von euch in meinen Arsch stecken, wenn er 61 ist Ich sag 51 Er ist jung gestorben Ich sag 61 51 Die Antwort ist 76 Puh Puh